Warte, warte, warte. Entschuldigung. So. Ach ja, jetzt geht das aber. Ach so, ja, natürlich. Ja gut, es dauert länger. Und jetzt ist die Kettenbegle gleich alle. Oder kaputt? Ja, ich hab's. Warum weiß ich das immer? Es ist doch so klar. Warum sollte man auch eine Kettensäge bis zum Schluss behalten? Alter, was für ein Kampf das war. Boah, krass. Ich hoffe, der bleibt tot. Ich hoffe... Ich hoffe, der bleibt tot. Ist der denn jetzt hier mutiert mehr, oder? Nee, schade. Aber der wird bestimmt irgendwann auch wieder kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde. Freunde der Sonne. Unten war noch Schießpülver, ne? Das hat man, glaube ich, liegen lassen. Wenn ich mich recht entsimme. So, warte. So. Alter, furchtbar. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie die anderen Kämpfe ausgehen. Oh Gott. Und alles musste man wieder dreimal machen. Was ja in Videospielen so typisch ist. So, jetzt kommen wir schon mal nach draußen. Das ist schon mal viel wert. Aber erstmal gehe ich speichern. Mit meinem kleinen Messerchen. Und alles verbraten. Schrotflintenmunition, Pistolenmunition, alles verbraten. Alles, alles weg. Alles Wunsch. Wunsch, egal. Da hat sich das Sammeln ja mal echt gelohnt. Bin ich froh, dass ich ein bisschen, dass ich die Flinte vorhin gegoolt habe, bevor ich hingegangen bin. Bin ich echt froh, muss ich sagen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Trotzdem bin ich vorsichtig, weil ich weiß nicht. Das wäre jetzt mies, wenn jetzt irgendwas kommen würde. Und dann müsstest du irgendwie das Spiel neu starten und wieder vor dem Baker neu machen. Boah, ich bin zu abkutzen. Ich will nur speichern, Freunde. Wo waren jetzt? Da, oder? Oder war das hier? Hier, oder? Ja. Boah. Wer hat die Tür zugemacht? Ja. Ich will da nicht hin. Die Oma sitzt da. Oma, 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 Oma. Ist das die, ist das die, 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 die Hommage an Outlast, wo der Typ da im Rollstuhl sitzt? Und wieso fängt die Oma an zu singen? Oma, ich hab dein, dein... Ich hab den, ich hab den um die Ecke gebracht. Ich geh mal speichern. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich bei dir. Oh Gott. Kann ich den Plattenspieler anrufen? Alter, ich sag doch, die Oma ist die, ist die Verschwörerin überhaupt in dem Spiel. 100%ig. Da wette ich mit. Kann ich denn... Okay, wir haben einen links noch. Und hier. Hundekopf. Okay, Schießpulver kann ich nochmal rüberpacken. So, da haben wir mittlerweile 5. Ne, Schießpulver, mit denen man sich Kugeln was füllen lassen. Mit flüssiger Chemikalie kombinieren, um was bis Solmotion herzustellen. Flüssige Chemikalien. Ja, gucken wir mal. Können wir ja mal machen, wenn wir flüssige Chemikalien wieder finden und sie nicht verbrauchen. Ich speichere mal. Oh Gott, Beckhammer. Oh Gott, wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, Jack. Ich glaube, wir haben Jack. Ich glaube, Jack wird nicht mehr wiederkommen. Boah, Gott sei Dank. Oh Gott. Oh Gott, in VR ist das so fürchterlich. Es ist so... Vor allem, wie groß und wie schnell er ist. Es ist abnormal. Oh Gott, und das in diesem... Und das in diesem bizarr Modus oder in diesem Dings Modus. War das die Oma, die gerade gesungen hat? Hallo? 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 Hast du gerade gesungen? Alter, die Oma ist so creepy, ne? Ohne Spaß. Die Oma ist so creepy. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ich weiß gar nicht, was kommt denn jetzt? Alter, ich würde am liebsten die Oma irgendwie vom Balkon stürzen. Es tut mir leid, aber das ist so... Die Oma ist doch das Schlimmste von allen hier in dem Spiel. Ohneし! Oma? Alter, Oma, ich hab's gewusst, ich hab's immer gewusst, die Omas sind immer die Schlimmsten, ich hab's gewusst, Alter, jetzt hab ich noch mehr Schiss wie vorher, ohne Scheiße, jetzt hab ich noch mehr Schiss wie vorher, und ich hab's von Anfang an gesagt, die Oma ist die Schlimmste, hab ich's nicht gesagt, von Anfang an? Ich schwör, ich hab noch mehr Schiss jetzt, ich schwör, mein Gott, ich hab noch mehr Schiss, dass die Oma gleich hier wo kommt, die taucht gleich hier wo oben, die rollt gleich einfach so durchs Bild, wahrscheinlich mit dem Rollstuhl, hundertprozentig, die Oma rollt durchs Bild, und dann war's das für mich, und dann geh ich sterben. Ich hab's von Anfang an wie Zoe auch kennenlernen. Oh, meine Freunde, Freiheit. Oh, die Musik jetzt, sie passt voll. Freiheit, was ist das hier? Eine, ein, oh, ein Trich. Hallo, hab ich den aufgenommen? Ja, hab ich den. Oh Gott. Jack ist weg, Marguerite lebt noch, und der Lucas, der Sohn. Oh, guck mal. Eine Hollywood-Schaufe. Hm. Ist da hinterher noch? Ich schau mich mal ein bisschen um, in der Hoffnung, dass wir hier keine Schuld bekommen. Also zumindest jetzt noch nicht. Hm. Hm. Was da wohl im Wohnwagen auf uns wartet? Alter, ohne Spaß die Oma, ne? Ich hab jetzt seit... Ohne Spaß die Oma ist das Schlimmste. So, Kraut. Juhu. Chemikalien, wenn nein. Schießpulver. Was weiß denn? Oh Gott. Spür dir die Oma. Irgendwann fährt die Oma durchs Bild. Hundertprozentig. Da fährt ich mit. Wenn die schon so komisch am Summen ist und am Singen ist. Oma, Oma. Was ist das denn da unten? Ich bin ja nicht neugierig, ne? Aber... Oh Gott. Alter. Die mecken irgendwo in der Pompa hier. Hm. Schön hier. Boah. Der Benjamin Viehfuß, der könnte ja auch mal wieder ein bisschen gegossen werden. So. Warte mal. Ich geh nochmal hier lang. Alter. Aber dass die Polizei nicht ne, wenn sie so ein Haus sieht, hier so verbarrikadiert, lichtet vorhanden mit Maschendrahtzellen, Maschendrahtzellen und so, dass sie da nicht schon von sich aus... Okay, das sieht scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Aber dass die Polizei ja nicht schon direkt sagt und sagt, Alter, ne, da müssen wir eigentlich was machen. So groß ist doch nicht das Anwesen. Was mich da wohl in den Wald erwartet? Das ist eine super Idee in der... Oh, was haben wir hier? Schießpulver. Hey! Super in den dunklen Wald zu gehen, vor allem wenn man... Ich weiß, er hat ne Taschenlampe, aber er nutzt sie nicht. Hm. Schau gerade mal. Ich hatte nen Tipp bekommen, dass hier irgendwo im Buschen irgendwas ist. Also in George W. so ein Geheimnis von Secret. Wahrscheinlich hin... Ah ne, war das hier hinter? Ich hatte... Ich hatte von... Hier ist ne Tür. Hm. Vielleicht gibt's Wohnwagen-Action. Ich freu mich schon. Oh Gott. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Na, Gott sei Dank. Was ist das hier? Ein Funkgerät oder was? Ja. Ich hab mich von dem Blatt grad... Das sieht ein bisschen aus wie der Eingang von... von... von Rush auf Blatt. Von Until Dawn. Ach guck mal. Hm. Erstmal nachladen. Jetzt fühl ich mich schon ein bisschen sicherer. Nicht nur mit dem Messer hier rum zu laufen. Freunde. Einerseits will ich gerne im Wohnwagen und... Ja gut. Der Wohnwagen ist ja nicht groß. Da kann nicht viel passieren. Andererseits will ich durch die Tür. Andererseits will ich aber auch durch den Wald da lang. Ich weiß noch nicht, wo ich lang laufen kann. Oh, Chemikalie. Warte mal. Moment. Ähm. Kombinieren mit Schießpulver. Geht das nicht? Ach geil. Einmal gibt... Ach so. Ach krass. Einmal Schießpulver und Chemikalie gibt 10 Schuss Kugel. Ach das ist ja krass. Boah denn. Da können wir uns ja richtig viel machen. Wir haben ja richtig viel Schießpulver. Wir brauchen nur... Wir brauchen nur äh... Boah ich guck mich da ein bisschen genauer um. Wir brauchen nur mehr Chemikalienzeug. Ich frage mich... Von... Von... Von was die lieben? Also eher gut. Die essen Menschen. Also denke ich mal, ne? Was wir so gesehen haben an dem Frühstückstisch. Da mundet es mir auch gleich. Oh Gott. Oh, ein Go-Kart, oder? Ach ne, ein Rasenmäher. Boah schade. Ich wäre gerne mit diesem Rasenmäher über den Baker gefahren. Okay, ich geh mal gucken. Ich geh nur mal gucken. Warte mal hier. Pillen. Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Nervengiftgranaten. Munition für den Granatwerfer enthalten. Starkes Gift, das sich auf das Nervensystem auswirkt. Warte mal. Ach so, dafür brauchen wir die Pillen. Ach krass, und starke Flüssigkeit. Ach cool. Er stellt sofort zwei. Arzneimittel, kurzfristige Sinne. Ah ja. Ja, nehm ich jetzt mal nicht. Das sieht einladend aus. Was soll man denn hier? Okay. Okay, wir brauchen irgendwie, glaub' ich glaub' Karten oder so. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen. Seit Dieselwürf in maßig Puppen. Noch mehr denn je. Okay, es bleibt nur der Wohnwagen und der Wald. Das beruhigt mich. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich zentriere nochmal eben die Kamera. Es geht. Margaret. Margaret. Ach, das ist ein Safe-Raum. Oh, Gott sei Dank. Vielleicht gehört er Zoe. Wum. Warum? Es ist doch uninteressant, wem der BH gehört. Oder der Busenhalter. Es ist doch vollkommen egal. Und wenn der Robertos Blancos Unterhose hängen würde. Es wäre doch vollkommen wurscht. Defekte Pistole. Es wäre doch vollkommen egal, weil es doch nichts zur Sache tut. Ob das jetzt so ein BH ist oder nicht. So, warte mal. Haben wir denn... Ach Mist, wir haben ja... Wir haben ja keine Chemikalien, ne? Aber ich nehme das Schießpulver mal mit. Die Pillen packe ich mal ein. Das Kraut packe ich auch mal ein. So. Arzneimittel reicht erstmal ein, würde ich sagen. Ah, mich juckt gerade. Warte mal. Ach. Den Dietrich. Ja, ich packe den mal drüben. Ich lasse den mal drüben. So. Speicher. Warte mal, ich gucke mich nochmal um. Telefon. Hallo? Hallo? Keiner da. Okay, jetzt haben wir hier. Aha. Da ist irgendwas. Was steht da drin? Stehoide. Erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Ne. Ach, hier können wir die Münzen verwenden. Ach, wie geil. Stabilisierer erhöht auf die Nachladegeschwindigkeit. Ach, krass. Habe ich doch richtig geraten, dass das so eine Art Shop gibt. Ja, na gut. Was ist das für ein heißer Job, ne? Oh nein. Was ist das hier? Was ist das hier? Otto? It's too late for them. Ja, das stimmt allerdings. Für die ist es echt zu spät. Ist das Margarits Wohnwagen? Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad enden. Äh, was? Und auch, was? Ich werde bald wie Mom und Dad sein. Achso. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia. Sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Das klingt nach Mia. Das klingt aber so, dass Mia auch infiziert ist. Oder war. Toll. Der sieht ja wenigstens noch einigermaßen aus, der Glühtschrank. So. Hier haben wir... Können wir ein Video gucken? Hier haben wir noch keins. Zumindest habe ich noch kein neues gefunden. Die Frage ist, wo ist die Videokassette? Meistens liegt die ja im selben Raum, oder? Nun gut. Die Frage ist... Das mit dem BH ist immer noch der Knaller. Die Frage ist immer noch, was mache ich? Die maximale Gesundheit erhöhen, oder... Ich gucke jetzt mal. Wie viele Mützen habe ich denn? Fünf. Sechs. Sechs Mützen. Das heißt, wir können... Drei. Fünf. Und das kostet... Die kosten neun, ne? Mhm. Die maximale Gesundheit ist schon gut. Und was war das nochmal? Das war... erhöht Dauer auf die Nachleidegeschwindigkeit. Boah, ich bin unschiss. Komm, ich nehme... Ich nehme die Gesundheit. Komm. So, muss ich das jetzt noch nehmen, oder wie ist das? Ich stelle die Muskelkraft enorm und höre die maximale Gesundheit... Wirken dauerhaft. ... ... ... ... Maximale Gesundheit erhöht. Sehr schön. Jetzt haben wir noch drei Münzen. Ach, man kann die... Achso, man kann die schon mal da reinfüllen. Das ist ja geil. Warte mal. Machen wir hier schon mal eine. Dann machen wir da noch vier. Und hier machen wir auch schon mal... So, warte. Die zwei rein. So, dann machen wir dafür noch sieben und dafür noch vier. Komm. Das kriegen wir hin. Wir finden schon mal ein paar Münzen unterwegs. So. Tja, Videokassette? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal speichern. Und dann gehen wir mal gucken. So. Speichern. Speichern. So. Freunde. Speichern. Neue Daten... ...werden gespeichert. So, dann werden wir wieder. Also, ich würde sagen... Ich hätte gerne eine Videokassette. Aber... Wir rufen jetzt an. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja. Hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann hier nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also, wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst uns nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Deine Mutter? Die suchen nach dir. Die suchen nach dir. Was heißt denn, die suchen nach dir? Und ja, so wie ich schon vermutet hatte, ist Zoe auch infiziert. Die Frage ist, wer ist Zoe? Die suchen nach dir. Die Mehrzahl ist ja schon wieder bezaubernd. Ich weiß nicht, was man so sagen darf. Ich freue mich, dass der Stream so lange läuft oder durchhält. Ist schon mal super. Ich hoffe, ihr seid noch da, alle. Lasst mich nicht allein hier. Ist das eine Kirche da hinten? Ist ein Traum, hier lang zu laufen. Ach, guck mal, da ist die Brücke, die wir im Video von Mia gesehen haben. Oh nein. Ach, und das beleuchtete Ding da hinten, da ist bestimmt der Sohn, Lucas. Und jetzt gehen wir Margaret besuchen. Ich dachte, da wäre gerade ein Gesicht im Busch gewesen. Algier, Maragite wohnt also in einer Kirche, oder? Oh, 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 oh. Toll. Ich finde, Maragite ist schlimmer als Jack. Weil die hat Puppen. Ich hasse Puppen. Oh Gott, ich hasse Puppen. Freunde! Ich hasse Puppen! Ich hasse Puppen! Ach, ich bin so doof, ne? Ja, ich weiß das nicht. Oh, wo geht's denn hin? Komm ich runter? Oh, schade. Ich dachte, ich kann baden gehen mal ne Runde. Ich bin so doof, ne? Warum nehm ich denn ne defekte Pistole mit, die total... ...platzverschwenderisch ist? Warte, ich geh nochmal eben zurück. Ich weiß, es ist doof, aber... ...ich leg mal eben die Pistole mal eben in den... ...ääh, in die Truhe rein. Speicher ich nochmal eben schnell. Damit, wenn ich sterben sollte, die ich wieder dann beim Neustart da in der Tasche habe. Also ist das wahrscheinlich sowieso ein Wagen, ne? Wenn ich das richtig deute. Also gibt's dann... Achso. Also gibt's dann wahrscheinlich drei Bereiche. Also einmal das Haupthaus, wo wir gerade... ...6 Meter gestreckt haben. Dann wird wahrscheinlich jetzt, wie gesagt, mit Margaret da... ...dieser Kirchenbereich, oder keine Ahnung, was das... Ich nenn das jetzt mal Kirchenbereich. Ich weiß ja nicht, wie das innen noch aussieht. Ähm... Ja, dieser Sumpfbereich da. Äh, und dann halt jetzt der andere Bereich, der... Hallo? Achso. So. Und der andere Bereich wahrscheinlich von, äh... ...von den Sohn Lüge ist. Also der Bereich da. Vermut' ich mal, dass es Lukas sein Bereich ist. Und wenn wir die haben, dann... ...setzt bestimmt aus Finale ziehen. Vermut' ich mal. So, so schlecht sind wir gar nicht ausgerüstet, muss ich sagen. Die sind ganz gut dabei. Ja. Ich bin schon mal froh, dass wir die maximale Gesundheit erhöht haben. Das macht schon mal viel. Können wir ein bisschen die Augen aufhalten nach Münzen? Nach Münzen... Ähm... Was ist das denn? Häää... 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 Wo, wo, wo denn? Na ja, oder? Alter, und ich haste sowieso Mücken und so n' Gedöns. Ach, jetzt kommen wir nicht mehr an die Sonner Scheiße, ey. Oh Gott. Ich erinnere mich an diesen Ort aus einem Video. Ich habe eine ganz schlimme Erfahrung damit. Was liegt hier? Gar nichts. Kerzen, die in der Luft schweben. Habe ich denn von dem Bereich eigentlich altes Haus? Ach, das ist das alte Haus. Achso. Äh, okay. Alter, wie riesig das einfach. Wie riesig das einfach alles ist. Mh. Zauberhaft. Da gehe ich bestimmt noch nicht rein. Hier ist mega lange laufen. Und da drüben stand dann... Alter. Da drüben stand dieses Kind. Dieses Kind da aus dem Schatten und... Da drüben war das gewesen mit der Kiste. Aus dem Video. Was? She's upstairs. Was? Go up? Ach, don't go up. Ja, toll. Was ist das denn? Da hinten sitzt auch eine, ne? Oh, ich hoffe, der Platz wird gleich da... Geh weg! Geh weg! Alter, was ist denn? Kann ich das kaputt machen? Ich will unnötig jetzt irgendwie Munition verschwenden. Für dieses Kackdingen da. Wo komm ich denn hier? Da ist auch sowas, ne? Oder? Da hinten ist das auch. Okay. Okay, ich probier den anderen Raum nochmal. Das hier ist ein bisschen schwerer zu treffen. Aus der Ferne hier ist leichter. Ja, ich probier's mal. Also wenn ich das hinbekomme, ich weiß es nicht. Macht's das jetzt schon? Oh Gott, wie viel Schuss das... Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh, bitte nicht! Oh Leute, ne! Also nein! Oh, ich hab Gänsehaut! Oh Gott! Keine Spinnen! Bitte keine Spinnen! Oh, ist das fürchterlich! Da ist was drin, ne? Oder? Ne, doch nicht! Oh Gott! Das ist ekelig! Oh! Oh, ho, ho! Puh! Oh, Freunde! Da haben mir ja schon Leute vorgewarnt, dass es schlimmer wird! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, genau! Weißt du? Alles runtergekommen? Alles ist hier runtergekommen, ne? Alles hier so moderig und riecht eklig, ne? Aber die Blumen! Die sind doch wie am ersten Tag! Was ist denn hier? Ach, Karte ist alle in Hauses! Ja, super! Dann kann ich wenigstens gucken, wo ich bin! Ich war grad im Salon! Mhm! Und im Wohnzimmer ist das andere Zeug! Wo es dann anschließend zum Esszimmer geht! Jetzt gehen wir Richtung Galerie! Wo wir das Rätsel gelöst haben! Ich frage mich, ob die Tür noch offen ist! Nein! Und die Geheimtür? Ist auch zu! Ja, wir brauchen hier wieder... Hallo? Ja! Das Gemälde zeigt einen, was... Ein im Netz gefangenen Schmetterling. Oh! Freunde, nein! Oh! 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 mal keine spinnen kann ich denn hier gibt es jetzt hier wieder den ach schade ich dachte der flammenwerfer liegt hier und chemikalien so warte mal ja noch schießpulver ich rüste uns erst mal jetzt hier aus das kann ich nicht machen anscheinend kann er was kann er mit etwas anderes kombiniert werden das alte haus nach dem serum durchsuchen damit kann man bestimmt die dinge besser weggrillen was ist denn ich dachte das steht ja mal in dem sumpf ich brauche gleich definitiv noch mal eine pause hier passiert doch irgendwas gleich was ist denn sie können jetzt mehr ob es fragen wie geil alter wer raucht denn hier so viel margaret bestimmt der alte fetzen ist ja ein traum den würde ich auch noch tragen schade dass wir noch nichts gefunden haben für für den flammenwerfer können wir das kraut mitnehmen nächstes mal bei der chemikalien finden können wir ruhig mal ein bisschen wieder medizin machen ich habe den flammenwerfer ich packe den mal den haben wir jetzt gekriegt ne ich packe den mal in die ich packe den mal in die ich speichere mal boah geil wir haben einen neuen backpack wie geil cool das heißt also wir können mehr sachen tragen ich glaube wir machen an der stelle machen wir jetzt noch mal eine pause eine augenpause